Der Tesla-Chef Elon Musk hatte ja schon vor längerer Zeit gesagt, die Corona-Panik ist dumm. Das war ja so ähnlich wie der weißrussische Präsident, der gesagt hatte, irgendwas von einer Massenpsychose der Welt gesprochen hat sozusagen. Und der Tesla-Chef Elon Musk ist jetzt wohl richtig ausgerastet, als er so mitgekriegt hat, welche wirtschaftlichen Schäden und welche Arbeitsplatzschädigungen und natürlich auch Schädigungen seines Unternehmens dieser Shutdown auslöst und sagt, das Ganze sei faschistisch und so weiter. Also der ist wohl regelrecht ausgeflippt, ja. Und dann die Meldung vom Arbeitsamt, der Arbeitsagentur oder Agentur für Arbeit, dass die Arbeitslosen wohl drastisch hoch sind und dass wir riesige Mengen an Kurzarbeitern hätten. Naja gut, da wird noch einiges kommen und wie gesagt, ich werde ja gleich erläutern, wie eben unser marktwirtschaftliches System diese Corona-Krise in jeder Hinsicht verursacht hat. Ja, und damit auch alle wirtschaftlichen Schäden natürlich verursacht hat. Ganz abgesehen davon, dass sowieso Marktwirtschaft grundsätzlich immer ein Schaden der Volk für die Volkswirtschaft ist, werde ich ja gleich wieder beweisen. Ja, da geben wir aber noch mal ein paar Kurzmeldungen durch. Ja, Katja Riemann bei Fridays for Future hat ein Buch vorgestellt, ich habe es durchgeklickt. Ja, Katja Riemann ist ja eine fantastische Schauspielerin, aber sie sollte sich, jeder hat natürlich völlig das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber ich glaube, ich habe noch nie so ein Sammelsurium von Belanglosigkeiten reingehört und deswegen auch nur ganz schnell übersprungen. Sie hat also keine Ahnung, wie man diese Welt retten muss und wie schwierig das ist. Das ist eine Wissenschaft für sich, da müssen Sie, also Frau Riemann, da müssten Sie noch mal 30 Mal so viel studieren, wie Sie als Ausbildung als Schauspielerin hinter sich hatten. Und dann können Sie anfangen mitzureden, vielleicht haben Sie dann ein bisschen was verstanden, wie die Welt funktioniert. Ja, aber Fridays for Future sammelt ja eben wie zur Zeit jeden, Fridays for Future und Luisa Neubauer, das ist ja mittlerweile wie ein Kramladen aller europazerstörenden, deutschlandzerstörenden, wirtschaftszerstörenden, extremistischen Ideologien, die sammeln die im Moment auf wie mit so einem Putzlumpen und hängen sich überall dran und wissen gar nicht, dass sie damit allen Ideologien Raum geben, die uns total zerstören würden und die deswegen unsere Regierung so dumm sind, es ist die nun auch nicht, niemals mitgehen würden. Luisa Neubauer hat da irgendwas auch erzählt, wahrscheinlich ging es wieder darum, irgendwie die Grenzen zu öffnen. Und noch einmal, um das wissenschaftlich ganz kurz zu sagen, was ist diese riesige, gewaltige Dummheit unserer Menschheit? Eine der größten, also die größte Dummheit ist natürlich, dass wir die Marktwirtschaft immer noch nicht verstanden haben als die Zentralursache aller Menschheitsprobleme. Hier haben wir nochmal Greta, dass die leider sich ja in allem falsch entscheiden. Nein, wo war das? Achso, ich habe es ganz vergessen, hier auch anzuklicken. Hier haben wir es doch irgendwo. Ja, da ist es doch schon. Also der größte Irrtum ist, dass diese ganzen Linksradikalen irgendwie in einer Illusion der Gleichheit leben. Und dann ist natürlich für Luisa Neubauer so, da ja alle Menschen auf der Welt Genies sind, können wir natürlich auch alle retten und anstatt sie in Asylanlagen in der Nähe von Syrien alle aufzufangen und dort ihnen zu helfen, können wir die doch alle auch ins Land holen. Denn die sind doch alle Gold, die sind doch alle Genies und werden deswegen unsere Wirtschaft stärken. Und das ist eben Kinderkram. Das ist eben antiewissenschaftlicher Kinderkram. Nochmal ganz deutlich gesagt, das Genom, die DNS, ist aus gutem Grunde in der Evolution ein Ungleichheitsgenerator. Und wenn 100 Kinder geboren werden von den gleichen Eltern, dann ist eins davon klein, eins davon mittelgroß und eins davon sehr groß. Allerdings nur in einem engen Spielraum. Also man muss es wahrscheinlich, wenn, nehmen wir mal an, diese Eltern wären ein absoluter Durchschnitt, dann wäre das eine Kind kleiner, mittelgroß und etwas größer. Und genauso wäre das eine Kind dumm, mittelklug und klüger. Ja, leicht überdurchschnittlich klug. Und das ist leider genetisch vorgegeben, dass wir überall riesige Ungleichheiten haben. Und wir haben eine Ungleichheit bei Erwachsenen zwischen 900 Milliliter Gehirnvolumen angeblich und zwei Liter Gehirnvolumen. Und nicht jedes zwei Liter Gehirnvolumen hat auch maximale Klugheit dann zur Folge. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also die Korrelation wird nicht eins zu eins sein, das ist sie wohl nirgends oder nur selten, aber sie wird schon recht hoch liegen. Das heißt also, wir brauchen, oder was gut ist, Multikulti, durchaus, ja, gerne, aber nur die fähigsten aus aller Welt, die nachweislich fähigsten aus aller Welt. Und Luisa Neubauer weiß ja gar nicht, ob sie das, wenn sie die Grenzen öffnet, ja, ob sie dann nicht lauter Unfähige ins Land holt, die dann wieder Kinder bekommen, die dann auch wieder nur geringfügig fähiger oder unfähiger sind als die Eltern und so weiter. Und ob sie dadurch nicht die gesamte deutsche, europäische Wirtschaft total zerstört. Aber das ist eben, das ist eben, ich glaube, Luisa Neubauer und Fridays for Future wollen ja nicht die Gesellschaft zerstören, sondern sie irren sich. Deswegen nochmal, liebe Greta, liebe Luisa, liebe Fridays for Future, redet endlich mit richtigen Wissenschaftlern, die wissen, wie die Welt funktioniert und was geht und was nicht geht. Und vor allem könnt ihr hier in Europa nicht antreten mit einem Konzept, dass, wenn man das umsetzen würde, was ihr fordert, dann was zu einem Totalruin Europas führen würde. Also noch einmal, das Konzept der Next Scientist for Future.de würde zu 500 Milliarden Euro jährlichem Wirtschaftswunder führen, könnte aus der Portokasse den Kohlestopp 26 finanzieren und den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan aus der Portokasse als Peanuts bezahlen. Denn wenn man 500 Milliarden durch die Beendigung der Marktwirtschaft 500 Milliarden jährlich plus macht, dann sind die Kosten für die Klimaziele nur Peanuts. Und das Modell der Next Scientist for Future.de wollen dann sofort alle anderen Staaten ja auch haben und rufen dann die Next Scientist for Future zu sich. Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit auf der gesamten Erde überall Reformen, überall sozusagen ruft man die NextScientistforFuture.de dazu, die Länder zu reformieren. Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit, haben wir die größten Emittenten von CO2, haben eine reformierte Wirtschaft. Und wenn ihr den Deal mit den NextScientistforFuture.de geschickt macht, dann geben die dieses Know-how nur an Staaten weiter, die sich verpflichten dazu, gleich dem Club der Willigen bei dem zukünftigen weltweiten Emissionshandel als erste teilzunehmen, als Club der Willigen. Und dann haben wir das Problem innerhalb weniger Jahre im Griff. Aber wie gesagt, dazu müsst ihr einfach mal anfangen nachzudenken und ihr müsst aufhören, euch ständig zu füttern mit diesem ideologischen Schrott, den ihr in eure Gehirne aufgenommen habt. Das ist alles nur ideologischer Müll, was ihr bis jetzt gelernt habt. Ihr müsst mal anfangen, Wissenschaft zu studieren, Evolutionsbiologie, Psychobiologie, Evolutionspsychologie, naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und so weiter. Und am einfachsten tut ihr das, wenn ihr einfach direkt auf die Homepage NextScientistforFuture.de anfangt und dann die vier Homepages durcharbeitet und 444 Sendungen. So viel zu diesem Thema. Ja, dann wieder eine ZDF-Sendung. Ich habe es mir gar nicht angeschaut, weil Achtung Essen, der Titel ist schon mal sehr gut. Es ging da wohl um Zucker und es wohl darum ging, dass Zucker natürlich krank macht und so weiter. Ja, aber die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, die diese Skandale endlich ein für alle Mal beendet, können halt nur die NextScientistsforFuture.de. Die kann sonst auf der Welt niemand. Und es ist völliger Quatsch, eine Sendung nach der anderen. Das ist einfach für Journalisten sehr schön, dass alles so schief läuft. Da hat man immer was zu berichten. Dadurch haben die Journalisten immer wieder, kriegen die so einen Auftrag für solche Sendungen. Aber das bringt uns alle nicht weiter. Wir wissen längst, dass alles schief läuft. Und die Lösung, es geht doch jetzt darum, dass wir uns den Lösungen zuwenden. Und die haben halt die NextScientistsforFuture.de. So, dann haben wir Hans-Georg Maaßen ist wieder aufgetaucht in einer Internet-Fernsehsendung. Also so Radio-Talk-Fernsehsendung, wie man es auch immer nennen will. Ja, und zwar haben das der Sender News & Talks, auf dem ja auch unsere Sendungen ziemlich regelmäßig erscheinen, hat das in seine Playlist Nummer zwei aufgenommen. Also zweite News & Talks für gebildete Playlist. Das heißt, da das letzte Video, die letzte Sendung vor dieser Sendung ist dann die mit Hans-Georg Maaßen, weil der so sachlich ist und auch nochmal ganz klar sagt hier, Also Hans-Georg Maaßen kritisiert in dieser Sendung die Stützung der politischen Entscheidungen auf viel zu wenige Wissenschaftler, anstatt auch auf die 120 kritischen Wissenschaftler zu hören. Dabei vergisst er natürlich wieder die NextScientistsforFuture.de, denn die wären die wichtigste Stimme gewesen dabei. Und er bestätigt in allem die Nachdenklichkeit, die wir ja auch hier in den letzten Sendungen seit dem 25.02.2020 geäußert haben. Ich habe mal nachgeschaut. Also die erste Sendung über Corona war am 25.02. die Nummer 327. Allerdings hatte ich damals vergessen, auf Corona einzugehen und das hat dann der Sender im Kommentar dann nachgetragen, worum es gehen sollte. Nämlich dass eben Corona einmal, also dass die Ursache für die Corona-Krise in jeder Hinsicht die Marktwirtschaft ist. Denn einerseits sorgt sie für unser geschwächtes Immunsystem, was ich ja alles gleich noch wieder beweisen werde in Kurzversion. Und die Hysterie bzw. die Hypochondrie, auch diese wurde durch die Marktwirtschaft erzeugt. Also die Marktwirtschaft erzeugt einmal die Immunschwäche, dass wir überhaupt mit Viren Probleme bekommen können, ja. Und die Marktwirtschaft erzeugt gleichzeitig auch noch die Hysterie, also die Übertreibung des Ganzen sozusagen, ja. Also beides wird verursacht durch die Marktwirtschaft und unsere erste Sendung, die darauf hingewiesen hat, war also am 25.02. und seitdem haben wir ja dann immer wieder darauf hingewiesen, dass das alles ein Wahnsinn aufgrund der Marktwirtschaft ist, ja. 327 war also dann die erste Sendung, da muss man unten im Kommentar gucken und dann geht es weiter mit der 332 und dann wird ja Corona zum Standardthema auch dabei. Ja, die, also Hans-Georg Maaßen hatte ich erledigt gehabt, dann hatten wir noch, ja dann ist mir noch insgesamt aufgefallen beim Schauen vieler Sendungen hier, Ja, die Verschwörungstheoretiker haben so richtig schön Spaß daran, ja. Alles, was an Bösem ausdenkbar wäre, auch zu unterstellen, da erinnere ich nur daran, dass man vielleicht sich an Occam's Razor erinnern sollte, quasi an Occam's Rasiermesser, dass man also wirklich nicht erstmal nur das wenigste annehmen sollte und nicht immer gleich das größte annehmen sollte, also immer gleich irgendwie zu übertreiben. Ganz generell ist es so, dass man sagen kann, ich finde die Situation des Internetfernsehens insgesamt traurig, denn wenn ich jetzt mal ganz nüchtern von außen betrachte, dann kann ich sagen, ich kann eigentlich den Leuten nur empfehlen, öffentlich-rechtliches Fernsehen zu schauen, trotz aller Einschränkungen, da steckt die Pharmaindustrie drin, da stecken die Parteien drin, Das ist alles nicht objektiv, das kann nicht objektiv sein, das ist selbstverständlich, aber das meiste, was im Internet ist, ist so schwach, ist so jenseits jeglicher Wissenschaft, jeglicher Realität, Also dass ich also sagen würde, leider kann ich außer der klassischen Tagesschau und heute und der wissenschaftlichen Tagesschau heute leider nicht viel empfehlen im Internet. Ihr seht, dass dann solche Sendungen wie mit Hans-Georg Maaßen, solche Ausnahmen an Sachlichkeit und ja, und natürlich, positiv zu erwähnen sind jetzt natürlich, aber das ist ja nicht typisch für das Internetfernsehen, sind dann natürlich Wodak und Co. und all die anderen, die wirklich da auch Realitäten wirklich gut reingebracht haben und so weiter. Also diese 120 kritischen Wissenschaftler sozusagen, die sich zur Corona gemeldet haben, die sind natürlich ausgenommen, aber wenn ich sonst so schaue, was es gibt, das ist schon haarsträubend teilweise. Naja gut, also von daher kann man sagen, also man muss schon sehr genau gucken, dass man sich die Rosinen im Internetfernsehen rausbringt, damit man da nicht in den Meer all diese Unwahrheiten ertrinkt. Ja, es ist schon wirklich schlimm, was man da so jeden Tag so sieht und ich muss das Ganze ja schauen für Sie, ja, als für die Zuhörer hier, Zuschauer. So, und jetzt kommt wieder die Beweisführung. Ich habe jetzt also ja manches behauptet und jetzt müssen wir das natürlich beweisen und ich mache das wieder, indem ich mal ganz kurz die Menschheitsgeschichte nochmal skizziere. Ja, also ich fange nochmal wieder da an. Vor circa, ich mache es wirklich, streiten wir nicht über eine Million Jahre bei den Zahlen, das ist alles, die Zahlen sind immer vorläufig in der Paläoanthropologie. Vor 13 Millionen Jahren, der Mensch eher noch, sagen wir, vor 13 Millionen Jahren, der Mensch immer noch ziemlich Gorilla-artig, riesige Eckzähne, riesige Kavenzmänner an Männern, so wie bei den Gorillas, riesige Kracher und die Frauen klein und zierlich und so weiter und Gewalt. Ja, dann vor vier Millionen Jahren hatten wir endlich sozusagen unsere Urgroßeltern endlich die Eckzähne verloren. Das Sozialsystem wechselte von Harem zu Gruppenehe, also zum kommunistischen Lebensform, die also immer pazifistischer wurde, weil es gab dann keine Rivalenkämpfe mehr, denn die Eckzähne waren sozusagen, die dienen ja auch bei Gorillas ausschließlich der Rivalenkampfbedrohung, also der Drohung im Rivalenkampf. Das heißt also, wir wurden, wir verloren unsere genetische Eifersucht, wurden eifersuchtsfrei vor vier Millionen Jahren und das evolierte sich immer weiter, dass wir dann nach und nach auch den Unterschied in der Körpergröße immer stärker verloren, sodass wir alle Merkmale eines gorillamäßigen Rivalenkämpfers in unserer Art verschwanden, bei unseren Vorfahren verschwanden und einer hochsozialistischen, hochkommunistischen Lebensweise Platz machen, die extrem pazifistisch war, am ehesten noch von den Bonobos ansatzweise erreicht, wird heutzutage sozusagen die einzige Art, von der wir überhaupt was lernen können, die Bonobos, Pampanescus und dann haben wir vor 400.000 Jahren quasi in der glücklichsten Phase gelebt, mit sozusagen maximaler Lebensqualität, Langlebigkeit, Gesundheit und absolutem Pazifismus, liebevolle Beziehungen zu den Nachbarkommunen und so weiter. Und mit gegenseitiger Hilfe, da gab es ja jetzt auch so eine neuere Studie, dass man sich dann tatsächlich gegenseitige Sachen geliehen hat, wenn irgendwas fehlte oder so, also eine gruppenübergreifende, kommunenübergreifende Kooperativität statt Krieg sozusagen und Gewalt. Und dann wurde die Marktwirtschaft des Chefideologen der Marktwirtschaft in Deutschland, Dr. Markus Krall, dessen geliebte Marktwirtschaft oder von ihm verherrlichte Marktwirtschaft wurde erfunden, und dann passierte etwas, ja, und dann passierte der Hammer sozusagen, ja. Nämlich das, ich nehme wieder nur ein Beispiel, ich mache mal wieder das Beispiel des Krieges, ja. Ich mache in jeder Sendung immer andere Beispiele, Sie müssen schon alle Sendungen schauen, dann kriegen Sie mal die Palette der verschiedenen Beispiele mit, ja. Hier haben wir einen Frühhändler und der sagt, ja, ist ja toll, dass ihr so viel Sex habt in euren Kommunen, da sind ja alle so glücklich und so weiter und hier, ich verkaufe euch Steinexte und letztens hat ja eine Kommune die andere besucht, ach, und das war ein rauschendes Fest der Liebe und so weiter, ein Rausch, ja. Und dann ist hier sein Konkurrent, weil wir jetzt ja Marktwirtschaft haben, ja, also sein Wettbewerber und der irrt sich zufällig, ja. Vielleicht der Tausendste in der Evolution oder der Hunderttausendste, egal wann. Irgendeiner irrt sich auf jeden Fall mal, Mutation und Selektion, Naturgesetz und der erzählt, ach ja, da hat eine eine Kommune die andere nachts heimgesucht, also nicht besucht, der hat die Sprache falsch verstanden, heimgesucht und das war ein Blutrausch. Nicht ein rauschendes Fest der Liebe, sondern ein Blutrausch hat er verstanden, ne. Und jetzt kriegen natürlich seine Zuhörer Angst und außerdem hier der erzählt, ja, und der hier erzählt dann auch noch, ach, und außerdem ist das eklig, dass ihr so viel schmust und so weiter und all das, ach, ist das widerlich und unkeusch und unmoralisch, ja. Und hier die Leute kriegen erstens Angst vor einem möglichen Überfall, kaufen ihm Steinexte, also erste Frühwaffen ab. Er macht riesigen Umsatz durch seine Geschichte, durch seine Irrtumsgeschichte. Und dadurch, dass er den Leuten Angst vor der Sexualität macht, nimmt die Liebe in den Kommunen ab und es kommt zur Abspaltung, sozusagen. Und da unten spalten sich die Verbrecher ab, die dann mit Gewalt versuchen, ihr Glück zu suchen, mit Verbrechen. Glück zu versuchen und die werden halt Händler, auch Händler und werden dann unsere heutigen Milliardärskönige. Und dadurch ist jetzt quasi die gesamte Gesellschaft gespalten und dieser hier, dieser Händler hier, der verkauft viele Steinexte und die Leute werden konsumsüchtig gegenüber seiner krankmachenden Kunsternährung, ja. Weil die Leute ja nicht mehr das Liebesglück haben, das raubt er ihnen ja mit seinen Kommunikationen, mit seiner Gehirnwäsche. Und dadurch kann der unheimlich viel Waffen verkaufen und Konsumgüter verkaufen, kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter. Und dadurch begründet er die modernen Handelsgroßfamilien, sozusagen. Und jetzt gibt es nur eine Rettung davon und die heißen nextscientistsforfuture.de. Die sagen jetzt also hier, wir müssen diesen Wahnsinn dieser gewinnbringenden Irrtümer, auch dieser ganzen medizinischen gewinnbringenden Irrtümer, die uns die Corona-Hysterie gebracht haben, die müssen wir alle beenden. Also all diese gewinnbringenden Irrtümer, die unsere ganze Welt wie eine Seuche durchziehen. Diese Viren des Geistes sind die eigentliche Bedrohung der Menschheit. Und das müssen wir jetzt beenden. Zum Beispiel eins von hundert möglichen Konzepten wären also die Wohlfühlstimme, also eine neue Wahlstimme. So dass dann derjenige Händler hier, der zum Beispiel die Leute zum Krieg aufhetzt, um Waffen zu verkaufen, die Leute, die dann im Krieg sind, geben schlechtere Wohlfühlstimmen ab. Und dadurch kriegt er natürlich keine Verdienstzuschläge und würde dann pleite gehen. Also wird er umdenken und wird sagen, ich liefere nur noch Friedensbotschaften und hetze niemanden mehr zum Krieg auf, weil ich dann keine Verdienstzuschläge mehr bekomme. Und ich empfehle den Leuten auch nicht mehr krankmachendes Essen, dann kriege ich nämlich auch keine Verdienstzuschläge mehr. Und ich erzähle den Leuten auch keine Irrtümer mehr über Gesundheit und Krankheit, dann kriege ich nämlich auch keine Verdienstzuschläge mehr. Und plötzlich haben wir eine wahrheitsorientierte Welt. Die Irrtümer sterben aus und die Wahrheiten breiten sich aus. Und nach allkürzester Zeit ist die Welt durchdrungen von Wahrheiten, weil es Verdienstzuschläge zukünftig dann nur noch für Wahrheiten gibt. Und all diese Irrtümer, diese Irreführungen, die wir jetzt auch in der Corona-Krise sozusagen in der Hochblüte erleben, all diese gewinnbringenden Irrtümer, die sozusagen für das Geschäft der Medizin und Pharmazie gut sind, aber für den Rest der Menschheit total schädlich sind, diese Irrtümer und übrigens auch für die Milliardärskönige extrem schädlich sind, für die anderen, außer die, die Großaktien beide in Pharma haben oder in Medizin haben, die können jetzt profitieren. Ja, das heißt also, was passiert dann? Es werden, wenn sich dann rund um die Hausärzte sozusagen wieder Gesundheit, also richtige Gesundheitskommunen bilden, in denen man alles lernt über gesundes Leben und glückliches Leben, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles, was Spaß macht und irgendwie einen inspiriert Richtung gesünderes Leben, das wird von den Hausärzten demnächst kostenlos, uns allen Angeboten kostenlos. Und wenn dann rund um diese Hausarztkommunen auch die ersten Lebenskommunen wieder entstehen und die dann hingehen und sagen, ja, liebe Milliardärskönige, kommt doch mal zu Besuch mit euren Familien zu uns und guckt doch mal, wie glücklich wir leben und wie viel schöner wir leben, als das marktwirtschaftliche Leben war. Wir leben wieder so, wie vor 400.000 Jahren, als die Menschheit zum letzten Mal glücklich war. So leben wir wieder, natürlich zusammen mit moderner Technik, angereichert mit moderner Technik. Und guckt doch mal, ob euch das nicht Spaß macht, bei uns mitzuleben. Und dann fangen die ersten Milliardärskönige an, mit ihren Familien da mitzuziehen. Und wenn dann die wirklich so glücklich sind und wenn sich dann alle liebhaben, wie das vor 400.000 Jahren der Fall war, dann kommt das, was vor 400.000 Jahren der Fall war, nämlich, dass die Männer nämlich in solchen Kommunen immer alles, das sieht man bei den Bonobos heute noch, immer alles, was sie finden und haben und so weiter, den Frauen und Kindern, den geliebten Frauen und Kindern ihrer Kommunen schenken. Und dann, wenn die Milliardäre wieder schenken, dann ist irgendwann bald auch das Problem zwischen Arm und Reich. Die Schere zwischen Arm und Reich gibt es dann gar nicht mehr, weil das immer alles in die gesamten Kommunen reinfließt. Ja, wenn, stellen wir uns vor, dass in jede Kommune irgendein Milliardärskönig reingeht, dann haben wir, und haben wir dann, fließt der ganze Reichtum in die Kommunen hinein und wir haben die Schere zwischen Arm und Reich geht zusammen. Und für all das brauchen wir weder unsere Wirtschaft zu zerstören, sondern kriegen noch 500 Milliarden Wirtschaftswunder jedes Jahr. Und wenn wir dann vielleicht noch schaffen, dass die Milliardärskönige aus aller Welt nach Deutschland strömen, dann wird Deutschland und Europa werden das der reichste Kontinent und erfolgreichste Kontinent auf der gesamten Erde. Während das, liebe Fridays for Future, was ihr bis jetzt im Kopf habt, würde bedeuten, dass wir Europa unter das heutige afrikanische Niveau wohin zerstören. Also eure Ideen sind Europa-Zerstörungsprogramm pur. Deswegen bitte beschäftigt euch erstmals mit echter Wissenschaft. Naja, ich sage das immer wieder, aber man hat ja kaum Hoffnung, weil die sind so verblendet in dieser linksradikalen, verfassungsfeindlichen, kriminellen Ideologie. Wobei ich immer sagen würde, ich werde immer verteidigen, dass diese linksradikalen, verfassungsfeindlichen Ideologen ihre Meinung sagen dürfen. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, dass diese Ideologien alles zerstören würden und werden. Ja, wenn wir denen Raum lassen, Raum diskutieren, ja, aber immer wieder widerlegen, immer wieder ganz klar sagen, hier, was ihr machen wollt, wie ich vorhin gesagt habe, ja, hier, schon wieder falsch rum. Ihr, liebe Luisa Neubauer, solange du doch nicht sicher bist, ob es sich um hochintelligente Leute handelt, für die du die Grenzen Europas total öffnen möchtest. Sondern, dass es sich vielleicht um weniger intelligente Menschen handelt, die für uns, für die europäische Wirtschaft wie ein Mühlstein am Hals wirken und sie in den Untergang, ins Untergehen hineinziehen werden. Solange solltest du so etwas einfach nicht platt daherreden. Das ist anti-wissenschaftlicher Quatsch. Es gibt saudumme Menschen, es gibt geistig behinderte Menschen und es gibt Genies und Kluge und so weiter. Und diese Unterschiede sind zum allergrößten Teil, zu aller mindestens 50 Prozent der Varianz in den Unterschieden, wo es ausschließlich auf genetische Faktoren zurückgeführt. Seriöse Wissenschaftler sagen, eher 80 Prozent der Varianz sind durch genetische Faktoren erklärbar. Das heißt also, das Genom, unsere DNS, aus der wir alle bestehen, das ist das zentrale Element, aus dem wir bestehen, ist ein Ungleichheitsgenerator. Es ist nicht so, dass alle Menschen gleich sind. Manche sind geistig behindert, manche sind saudumm, manche sind ziemlich dumm und manche sind mitteldumm und einige sind ein bisschen klüger hier und dann richtig klug und ganz wenige sind Genies. Und das ist nun mal Tatsache. Und alles, was ihr im Kopf habt, sind Antitatsachen. Anti-Wissenschaft, Unite Behind the Science, aber ihr pickt euch aus den Universitäten immer die wenigen Pseudowissenschaftler raus, die von nix eine Ahnung haben und die irgendwie trotz ihrer Ideologien irgendwie immer noch nicht rausgeschmissen wurden aus den Universitäten. Die pickt ihr euch raus und meint, das sei Wissenschaft. Das ist völlig verrückt. Ja, also ich glaube, ich habe wieder alles gesagt. Also das heißt, wir kommen zur paradiesischen Welt wieder zurück, wenn die Milliardärskönige also wieder in den Kommunen leben. Dann haben wir wieder den Naturzustand hergestellt und haben dann eine hochleistungsfähige Wirtschaft. Und dann können wir natürlich irgendwann, wenn die ganze Welt dann pazifistisch geworden ist, so wie wir dann abgerüstet hat und so weiter, aber auf eine vernünftige Weise. Dann können wir irgendwann auch alle Staatengrenzen aufheben und wir können alle Staatengrenzen aufheben und vielleicht sogar das Geld irgendwann abschaffen, weil wir es einfach nicht brauchen, aber nicht, weil wir es irgendjemandem wegnehmen, sondern weil es niemand mehr braucht, weil wir sozusagen die teuflische Erfindung, die teuflische Erfindung der Marktwirtschaft überwunden haben. Und wenn wir das nicht schaffen, um das Bild nochmal kurz zu erklären, wenn wir das nicht schaffen, dann wird das so sein, angeblich haben wir hier schon vor 40.000 Jahren hatten wir die größten Gehirnewahn, schlanke, elegante, hoch aufgeschossene Menschen. Dann vor 40.000 Jahren kippte das Ganze und durch die Effekte der Marktwirtschaft wurden wir wieder dümmer. Jetzt haben wir so 1350 Milliliter Gehirnvolumen und vielleicht haben wir bald nur noch 1200. Und dann sind wir irgendwann wieder primitive Affen oder so, weil wir einfach durch die Marktwirtschaft alles verkehrt machen und zum Beispiel dafür sorgen in allen Staaten mittlerweile, dass da hier die ganz Dummen die Kinder bekommen und die ganz Klugen gar keine Kinder mehr bekommen. Und dadurch geht die Evolution einfach wieder zurück. Denn die Gene für die kleineren Gehirne sind ja alle noch da. Die Gene sind ja, wenn man den Genpool so macht, dass man also die vom Genpool ausschließt und von den Nachkommenkriegen ausschließt und die überwiegende Zahl der Kinder hier bekommen lässt, dann reduziert sich der Genpool auf das hier und dann sind hier die Gene, dann haben wir hier die Gene am Wirken von denen, also hier. Und dann sind wir bald bei 1000 Milliliter Gehirnvolumen und dann vielleicht bald bei 800 Milliliter. Denn wenn wir das immer so weitermachen, dann haben wir bald wieder 400 Milliliter Gehirnvolumen und sind dann so dumm wie die Schimpansen. Und wir können dann höchstens hoffen, dass wir doch wenigstens sozial so intelligent sind wie die Bonobus. Aber solange wir den Tauschhandel dann immer noch betreiben und die Marktwirtschaft immer noch betreiben, wird es immer noch weiter bergab gehen. Also das heißt, es gibt in der Evolution keine Garantie für irgendeinen Aufstieg, sondern die Marktwirtschaft ist das, was alles zerstört und da müssen wir raus und zwar sofort raus aus der Marktwirtschaft. Und das können nur die nextscientistsforfuture.de und denkt man dann auch über die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die würde schon einen Großteil der Welt revolutionieren. So, bis zur nächsten Sendung. Tschüssi!